Ole Nümern und Wolfgang M. Schmidt von Wohlstand für alle haben den wahren Bürgergeldskandal aufgedeckt. Jedenfalls versprechen sie uns das in ihrem neuen Video. Und ich mach's einfach, ich hab's vorher schon mal gesehen. Das Video wird darauf hinauslaufen, dass es erstmal ein sehr niedriges Grundeinkommen, nämlich das Bürgergeld in Deutschland gibt. Und dann ein zweites Grundeinkommen, was, ja, 1300 Euro höher liegt. Also, es klingt jetzt erstmal sehr, sehr überraschend, aber es gibt tatsächlich ein zweites Minimaleinkommen, ein zweites Grundeinkommen, was sehr breite Schichten der deutschen Bevölkerung zugeteilt bekommt. Eben dadurch, dass das deutsche Steuer- und Sozialsystem sehr, sehr komisch gestaltet ist. Also, vor allem für die Mittelschichten lohnt es sich so überhaupt nicht, zusätzliches Geld zu verdienen oder zusätzliche Ausbildung zu machen. Das ist sehr interessant, was die beiden in diesem Video auch zeigen. Also, los geht's. Zurück zur Sozialpolitik der Ampelkoalition. Noch im Koalitionsvertrag hielten SPD, Grüne und FDP stolz fest, wir werden statt Hartz IV ein unkompliziertes Bürgergeld einführen, das konsequent auf Hilfe und Ermutigung statt auf Sanktionen setzt. Von diesem Plan war bereits bei Einführung des Bürgergeldes nur noch wenig übrig, wie der Journalist David Gutensohn neulich für Zeit online festgehalten hat. Zitat, eigentlich wollte der Arbeitsminister mit dem Bürgergeld einen neuen Ansatz wagen und eine Vertrauenszeit einführen, in der Arbeitslose in den ersten sechs Monaten nicht mehr sanktioniert werden. Doch Heil kassierte das Vorhaben bereits im vergangenen Jahr ein, um einen Kompromiss mit der CDU hinzubekommen. Das sollten wir nicht vergessen, das Gesetz muss ja auch durch den Bundesrat gehen. Und das heißt, auch wenn die CDU nicht mitregeht in der Bundesregierung, ist es ja so, dass sie in so vielen Landesregierungen sind, dass sie natürlich im Bundesrat eine Menge mitzureden haben. Auch plante der Minister, dass arbeitslos gewordene Menschen in den ersten beiden Jahren in ihrer Wohnung bleiben können, ohne eine Prüfung, ob diese zu groß oder zu teuer ist. Statt ein neues Zuhause suchen zu müssen, sollten sie die Zeit nutzen, um sich weiterzubilden oder einen neuen Job zu finden. Heil verkürzte diese Phase auf ein Jahr, ebenfalls um die CDU von einer Zustimmung im Bundesrat zu überzeugen. Das Gesetz, das Hartz IV überwinden sollte, war damit schon geschwächt, bevor es überhaupt galt. Ja, das wird auch gleich noch im Video kommen, Hartz IV, das Bürgergeld ist keinen einzigen Cent höher als Hartz IV. Also das Bürgergeld, da gibt es einige Regelungen, die etwas großzügiger sein sollten als Hartz IV, aber das wurde auch schon sehr ausgedünnt. Also das Bürgergeld ist eigentlich ein unbenanntes Hartz IV, mehr ist das nicht. Hartz IV stand jahrelang in der Kritike, einerseits wegen der niedrigen Regelsätze, andererseits wegen seines Sanktionsregimes. Immer wieder wurde Hartz-IV-Empfängern, die sogenannte zubutbare Arbeitsangebote nicht wahrnehmen wollten, das Existenzminimum gekürzt, was irgendwann sogar vom Bundesverfassungsgericht moniert wurde. Eine Kürzung des Existenzminimums von mehr als 30 Prozent wurde 2019 für verfassungswidrig erklärt. Was bleibt nun vom vollmündigen Versprechen der Ampelkoalition, dass das Bürgergeld Hilfe und Ermutigung anstelle von Sanktionen bedeute? Nun eigentlich blieb von diesem Versprechen, wie eben schon vorgetragen, kaum etwas übrig. Nur die Regelsätze wurden von 449 Euro auf 502 Euro erhöht, was wahrlich immer noch kein großer Sprung ist. Vor allem ist bereits der Begriff Erhöhung ein frecher Euphemismus. De facto ist es so, dass die Erhöhung nicht darin bestand, dass man etwa ein neues Existenzminimum ermittelt hätte, das man für Menschen würdiger erachtet hat von Seiten der Regierung. Also dass man zum Beispiel gesagt hat, naja, das Geld, das man da im Monat zum Essen hat, das ist doch viel zu wenig, dafür kann man sich doch eigentlich kein gesundes Essen kaufen, deshalb gibt es da mehr. Oder für Kultur braucht man doch eigentlich mehr, um gut teilnehmen zu können. Es hat alles nicht stattgefunden, es gibt keine neue Berechnungsgrundlage. Was ist stattdessen passiert? Nun, das ist ein nachgeholter Inflationsausgleich gewesen. Und dass nun zum 1. Januar 2024 das Bürgergeld wiederum um 61 Euro erhöht wurde, liegt daran, dass sich die Regierung darauf geeinigt hat, in Zukunft schneller das Bürgergeld an die Inflation anzupassen, wohlgemerkt an die Inflation der Vergangenheit. Also ihr habt es gerade richtig mitbekommen, das Bürgergeld ist nur eine Inflationsanpassung von Hartz IV, also das, was bei Hartz IV auch passiert wäre. Mehr nicht. Man hat nun beschlossen, diesen Inflationsausgleich ein bisschen früher anzusetzen, eben damit der Verlust, vor allem bei hoher Inflation, die Bürgergeldempfänger haben, nicht so hoch ist. Also, was ja bei 10% Inflation, die wir zeitweise hatten, durchaus sinnvoll ist, dass man da nicht die Einkommen derer, die sowieso schon am ärmsten sind, nochmal besonders stark abstürzen lässt. Aber, wie gesagt, das Bürgergeld ist eigentlich das Gleiche wie Hartz IV erst recht, was die Regelsätze betrifft. Angeholt werden jetzt die Preissteigerungen zwischen Sommer 2022 und Sommer 2023. Das Bürgergeld ist real, also auf den Euro genauso hoch wie damals, als es Hartz IV hieß, und wurde nur etwas schneller als früher an die Inflationsanwicklung angepasst. Mit vielleicht etwas mehr zeitlicher Verzögerung wäre das Bürgergeld auch unter einer CDU-geführten Regierung im selben Maße gestiegen, denn die Berechnung des Regelsatzes funktioniert letztlich genau wie früher und auch die Berechnung der Erhöhung funktioniert so wie früher. Also, dass dann quasi das Bürgergeld an Inflation vor allem und ein bisschen an Lohnsteigerungen koppelt. Umso absurder ist es da, wenn Politiker aus den Unionsparteien nun fordern, dass... Kurzum, die Löhne der unteren 20 beziehungsweise der unteren 15%, je nachdem, welche gesellschaftliche Gruppe man sich da ansieht. Also, auch das ist ein bisschen willkürlich. Da von diesen Lohnsteigerungen, von den Ausgaben dieser Haushalte werden dann sogar noch zig Sachen abgezogen, sodass man ein viel zu niedrig angesetztes Existenzminimum hat. Dass das Bürgergeld nicht erhöht werden dürfe, die Berechnung erfolgt genauso wie unter Merkel. Real ist der Bürgergeldsatz genauso hoch wie Hartz IV. Wer die jetzige Erhöhung also verhindern wollte, würde so oder so in Karlsruhe landen und vom Bundesverfassungsgericht die Ohren langgezogen bekommen. Denn dann müsste man schon erklären, wieso das ermittelte Existenzminimum angeblich auf einmal viel zu hoch sei. Wir halten also als erste Erkenntnis fest, dass Bürgergeld bedeutete keine wirkliche materielle Verbesserung. Der Regelsatz war genauso niedrig wie zuvor, auch wenn die jungen Wilden im Bundestag die Reform bejubelten. Umso verrückter ist es, dass nun an jeder Ecke konservative Politiker und rechte Hetzjournalisten aufkreuzen, die ihre Bürgergeldrechner anwerfen und ermitteln, was für ein fantastisches Lauterleben man sich angeblich auf Staatskosten machen könne. Denn de facto ist es so, dass die Regelsätze so hoch sind wie zuvor. Wer sie also zu hoch findet, was einigermaßen absurd ist, der hätte auch schon vor drei Jahren, bevor das Wort Bürgergeld erfunden war, dagegen wettern müssen. Wir sehen gerade eine gigantische Moral Panic um nichts und wieder nichts. Es wird sich mit Schaum vor dem Mund aufgeregt über einen Regelsatz, der real so hoch ist wie vor der Bürgergeldreform. Ja, diese riesige moralische Panikmache, die Wolfgang M. Schmidt hier beschreibt, die ist ja tatsächlich noch viel schlimmer. Also die Regierung sorgt aktuell dafür, dass wir eine Situation der Unterbeschäftigung haben, dass es nicht genug Stellen gibt, damit alle Leute Arbeit kriegen können. Und die Leute, die dann halt Pech gehabt haben, die dann eben keine Arbeitsstelle finden, denen wird dann gesagt, die seien angeblich zu faul und würden sich keine Arbeit suchen. Was eine riesige Lüge ist. Wir haben in Deutschland nicht genug offene Stellen, um alle Arbeitslosen in Arbeit zu bringen. Wir haben in Deutschland 2,6 Millionen Arbeitslose und 800.000 offene Stellen. Also da wird doch wohl jedem Grundschüler auffallen, dass schlichtweg nicht alle Arbeitslosen arbeiten können. Zumal ja die Arbeitslosen häufig nicht die nötigen Qualifikationen haben, häufig in anderen Regionen leben. Was denn in der Realität alles noch dazukommt? Also wir haben nun mal eine Wirtschaftspolitik, die aktuell absichtlich Arbeitslosigkeit produziert und dann die Arbeitslosen für diese absichtlich produzierte Arbeitslosigkeit verantwortlich zu machen, ist nicht nur einigermaßen absurd, es ist auch maximal verlogen. Aber ja, so funktioniert unser System leider. Und gegen faule Hartz-IV-Empfänger, ich meine dieses Narrativ, das hat das Privatfernsehen und die Springerpresse ja über Jahrzehnte etabliert, lässt sich halt sehr einfach hetzen. Was dabei außen vor gelassen wird, ist, dass wenn man Hartz IV senken würde, auch beispielsweise Rentner, die ja mit ihrer Arbeit eigentlich schon fertig sind, niedrigere Grundsicherung bekommen würden, wenn man die Hartz-IV-Sätze senken würde. Was dabei außen vor gelassen wird, ist, dass der Eingangssteuer, der Freibetrag, der Freibetrag bei der Einkommenssteuer, dass der niedriger angesetzt werden würde, wenn man das Existenzminimum niedriger berechnen würde. Wenn ihr mir richtig gehört, niedrigere Hartz-IV-Sätze bedeuten höhere Steuern für Arbeitnehmer. Also das ist direkt miteinander verknüpft. Das ist auch ein Grund, warum man die Hartz-IV-Sätze so niedrig ansetzt, damit man dem Normalbürger mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Das sind alles Dinge, die vielen Menschen nicht bekannt sind, weil sie eben von den Medien nicht erklärt werden. Weil wir eben ein durch und durch neoliberales Mediensystem in Deutschland haben. Ja, das ist immer wieder interessant, wie so eine mediale Welle entstehen kann, finde ich. Also das hat man beim Thema Migration gesehen, wie sich das als Narrativ völlig verselbstständigt hat. Dass gesagt wurde, das geht ja nun überhaupt nicht. Wie soll man das den Bürgern erklären? Und auf einmal fallen alle in diesen Chorus ein. Und genau so ist es hier auch. Also man hat überhaupt keine Änderung. Der Regelsatz ist genauso hoch wie zuvor. Die Sanktionspraktiken wurden bereits vor vier Jahren, also auch vor Einführung des Bürgergeldes, stark eingeschränkt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Das heißt, man kann eigentlich gar keine Sanktionen von mehr als 30 Prozent im Regelfall aussprechen. Das heißt, wenn man irgendwas daran falsch findet, dann hätte man das auch schon vor dieser Panik, die jetzt gerade geschürt wird, falsch finden müssen und agitieren müssen. Also es ist einfach eine komplett verselbstständigte Rhetorik. Aber kommen wir mal zu den Zahlen. Denn diese Zahlen sind so irre, dass man es nicht fassen kann. Und das hätten wir auch nicht gedacht. Nein, absolut nicht. Also ich glaube, wir können wirklich sagen, was wir hier für Zahlen gleich vorlesen. Das wird jetzt eine Menge Zahlen geklingelt, aber ich kann versprechen, es ist unglaublich interessant. Es hat uns schockiert. Und zwar gibt es immer wieder diese Behauptung, ja, durch den Bürgergeldbezug lohnt es sich nicht mehr zu arbeiten. Weil das so ein wunderbares Leben ist, dass man da eh schon auf Staatskosten verlebe. Nun, stimmt das, denn da können wir auf einen hervorragenden Thread des Twitter-Users Sozi Simon verweisen, den wir auch in der Beschreibung verlinkt haben. In diesem Thread stellt der User mithilfe einer Tabelle dar, wie viel Geld man vom Staat erhält, wenn man nur Bürgergeld bezieht, beziehungsweise wenn man zusätzliches Einkommen hat. Und da geht in diesem Fall von einer Familie mit drei Kindern aus, die in einer Wohnung wohnt, die monatlich mit Nebenkosten und Heizung 1.285 Euro kostet. Wenn man nun die Regelsätze für die Erwachsenen und die Kinder mit den Wohnungskosten addiert und pro Kind die wahnsinnig großzügigen 20 Euro Kinder sofort Zuschlag hinzurechnet, dann kommt man auf eine Haushaltskasse von sage und schreibe 3.494 Euro. 3.494 Euro, das klingt erstmal nach einer hübschen Summe, jedoch sollte man nicht übersehen. Der größte Einzelposten besteht in der Warmmiete. Der Staat subventioniert die horrenden Mietpreise, wovon der Bürgergeldempfänger nichts hat. Ansonsten bleiben noch genau 2.209 Euro pro Monat über. Wie teilen sich diese 2.209 Euro auf? Nun, 1.012 Euro gehen an die Erwachsenen. Die beiden Partner haben also pro Monat ein zu verkonsumierendes Einkommen von je 506 Euro. Das als luxuriös zu bezeichnen ist lächerlich. Die restlichen 1.197 Euro sind dann das Geld, das die Familie für die Kinder bekommt. Nur ist dabei bereits das Kindergeld enthalten. Jede andere Familie, egal ob reich oder arm, hätte aufgrund der drei Kinder auch einen Anspruch auf 750 Euro Kindergeld vom Staat. Dazu, das muss man auch noch sagen, kommt der Kinderfreibetrag, von dem Reiche sogar mehr profitieren als Arme. Wie gesagt, ihr wisst, wie die Einkommenssteuer in Deutschland gestaltet ist. Das ist eine progressive Steuer. Das heißt, wenn man da Freibeträge erhöht, dann profitieren Reiche sogar mehr davon. Und das ist eben auch beim Kinderfreibetrag so. Also ist es auch noch gut, dass es ein Kindergeld gibt, das eben die Mitte und die Armen auch noch unterstützen soll. Weil beim Bürgergeld bzw. Feuerharz IV, da ist das Kindergeld in diesem Regelsatz mit inbegriffen, wie Wolfgang das gerade richtig erklärt hat. Die Strafsgemeinschaft bekommt nur 447 Euro mehr für drei Kinder vom Staat, als jede andere Familie es auch bekommt. Das bedeutet, dass ein Kind in dieser armen Familie eine durchschnittliche Zusatzunterstützung von kläglichen 149 Euro pro Monat erhält. Luxuriös ist das alles wirklich nicht, egal ob man es nun Hartz IV oder Bürgergeld nennen mag. Blicken wir nun mal auf die Behauptung, das Bürgergeld würde jemanden vom Arbeiten abhalten. Auch dazu stellt Sozi Simon hervorragende Daten bereit. Er stellt nämlich dar, wie viel Geld man hat, wenn man zusätzlich zu den Bürgergeldleistungen eigenes Erwerbseinkommen erarbeitet. Denn es ist ja nun nicht so, dass man, wenn man beispielsweise für 100 Euro arbeiten geht, dafür dann 100 Euro weniger vom Staat bekommt. Dann wäre es ja in der Tat so, dass es überhaupt keinen Anreiz zum Arbeiten gäbe. Vielmehr ist es so, dass der Staat über ein recht ausgeklügeltes Modell der Anrechnungen von zusätzlichem Einkommen verfügt. Und außerdem, auch das wissen viele nicht, ist es so, dass der Staat auch Haushalte, die keinen Anspruch auf Bürgergeld haben, finanziell unterstützt. Also ab einem Haushaltseinkommen von 1500 Euro bekommt man beispielsweise kein Bürgergeld mehr. Dafür jedoch andere Sozialleistungen, denn mit anderthalbtausend Euro kann man natürlich keine fünfköpfige Familie am Leben halten. Und deshalb gibt es dann andere Leistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag für solche Familien. Und all das ist nun in dieser sagenhaften Tabelle dargestellt und man sieht dann wirklich von 0 Euro eigenem Einkommen bis um die 6000 Euro eigenem Einkommen, wie viel bekomme ich für jede 100 Euro, die ich selbst verdiene, am Ende mehr in der Haushaltskasse raus. Vom Bürgergeldempfänger, der kein Euro selbst erarbeitet, bis hin zu jemandem, der gar keine Sozialleistungen mehr in Anspruch nimmt. Wird es ganz transparent aufgeschlüsselt. Ganz fantastisch. Und auch aus eigenem Interesse sollte man sich das mal ansehen, denn möglicherweise hören hier sehr viele Leute zu, die Anspruch auf gewisse Leistungen haben, sie aber gar nicht wissen, dass sie diese Leistungen beanspruchen können, weil sie glauben, ich verdiene doch einigermaßen. Das steht mir doch gar nicht noch zu. Doch, doch, vielleicht schon. So, wir gehen mal weiter in diese Zahlen. Wir wollen jetzt nicht in alle Details hineingehen, aber es ist wirklich sehr erstaunlich, was wir da feststellen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten die Familie aus dem eben angeführten Beispiel. Drei Kinder, 1.285 Euro Warmmiete, wenn diese Familie... Also, ihr habt es gesehen, ich habe es euch ja aufgeschlagen. Sozi Simon, es geht um diesen Tweet hier. Also, der ist in der Beschreibung verlinkt, kann jeder selber hinkommen. Die Tabelle, die ist jetzt, glaube ich, die Zahlen sind, glaube ich, ein bisschen zu klein, als dass ihr sie vernünftig erkennen könntet. Das ist jetzt, Wolfgang und Ole werden uns das gleich noch alles vernünftig beschreiben. Wie sieht es nun aus bei einer Familie, deren alleinige Hauptverdiener 2.900 Euro brutto verdient? Diese Familie bekommt durch das Einkommen von 2.900 Euro und durch andere Sozialleistungen insgesamt eine Haushaltskasse von 4.625 Euro. Also, diese Familie, wo also jemand 2.900 Euro brutto verdient, hat dann insgesamt 1.131 Euro mehr Einkommen. Genau, mehr, als wenn man gar nichts verdienen würde. Und jetzt mögen vielleicht einige Ärzte sagen, ja, ist das denn so ein großer Sprung? 2.900 Euro eigenes Einkommen bedeuten dann, kombiniert mit anderen Sozialleistungen, ich bekomme 1.131 Euro mehr als ein Bürgergeldempfänger ganz ohne eigenes Einkommen. Nun, wir können uns aber einen dritten Fall nur für den Vergleich vorstellen. Also, es ist schon ein ordentlicher Sprung. Ja, ihr habt es gerade gehört, 1.139 Euro, hat Ole gerade gesagt. Ja, das ist schon über 1.000 Euro mehr für jemanden, der arbeiten geht. Das bedeutet dieses Narrativ, ja, das Bürgergeld, das hält Leute von der Arbeit ab, das stimmt so nicht, wenn man sich einfach die Verdienste ansieht. Was Leute von der Arbeit abhält, ist schlicht und ergreifend der Mangel an Arbeitsstellen, wie ich gerade schon gesagt hatte, was die offiziellen Zahlen auch sehr gut belegen. Das ist ein Sprung, kann man natürlich darüber diskutieren, ob das mehr sein müsste, aber wir können erstmal feststellen, also gut 1.100 Euro mehr. Ja, und jetzt stellen wir uns einen dritten Fall vor. Der alleinige Hauptverdiener verdient 5.500 Euro brutto. Wir springen also von einem Einkommen von 2,9 auf fast das Doppelte, auf 5,5. Und was sehen wir jetzt? Für einen Anstieg in der Haushaltskasse durch diese 2.600 Euro Bruttolohndifferenz sage und schreibe 68 Euro. 68 Euro, wiederhole ich nochmal, 68. Das ist eine Differenz, die regelrecht lächerlich ist. Und das liegt daran, dass der Staat dieser Familie nun keinen Kinderzuschlag und kein Wohngeld mehr zahlt. Das heißt, wenn man zusätzliches Einkommen über diesen 2.900 Euro verdient, dann wird einem fast in genau demselben Maße Wohngeld und Kinderzuschlag weggenommen. Da schmelzen also die Sozialleistungen für Menschen einfach weg. Ja. Aber die Haushaltskasse bleibt quasi gleich. Ja. Ob man 2.900 oder 5.500 verdient, macht dann fast keinen Unterschied. Und viele Menschen... Ihr habt es gerade gehört. Also ein Gehaltsunterschied vom Brutto 2.600 Euro macht insgesamt 69 Euro. Das ist nichts. Das ist komplett lächerlich. Also hier gibt es quasi so ein zweites Grundeinkommen für Leute, die erwerbstätig sind. Neben dem Bürgergeld. Also das Bürgergeld ist für die ganz Armen, die nicht arbeiten. Dann gibt es noch so ein zweites Grundeinkommen für Leute, die ja in der Mittelschicht arbeiten. Also die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Moment, ganz kurz nur jetzt wirklich. Also viele Menschen, die dazwischen stehen oder in diesen Bereichen dann stehen, und das trifft ja auf sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zu. Über 80 Prozent. Genau, sicherlich. Und die können sich dann ja einfach mal fragen. Ja, hat Wolfgang sogar noch den Anteil der Bevölkerung rausgesucht. Der hat das Betrieb. 80 Prozent der Bevölkerung, ihr habt es gerade gehört, verdienen unter 5.500 Euro. Kann es sein, dass ich... Also nicht über 80 Prozent, Entschuldigung, ich muss mich gerade korrigieren. Also man, ähm... Als Haushalt liegt man da. 80 Prozent oder mehr haben, ja, haben, haben dieses Geld dann zur Verfügung. Klar, es gibt noch Leute, die mehr verdienen, aber das ist dann schon, das sind schon die oberen 10 oder die oberen 5 Prozent. Und es gibt natürlich viele... Ja, also, wenn ihr es richtig verstanden habt, 80 Prozent, die weniger als die 5.500 Euro verdienen, die also in diese entweder Bürgergeldkategorie oder in dieses zweite, etwas höhere Grundeinkommen fallen. Dieses de facto Grundeinkommen. Das ist jetzt nicht offiziell von irgendeiner Behörde beschlossen worden, sondern das ergibt sich aus der Struktur des deutschen Sozialsystems. Und darauf kommt man erst, wenn man das alles erstmal minutiös durchrechnet, wie dieser eine Bitter-User hier das gemacht hat. Ist auch lustig, dass das noch keinem Journalisten so groß aufgefallen wäre. Und ist auch gut, dass Wohlstand für alle das hier mal popularisieren. Individualpersonen, die deutlich weniger als 2.900 verdienen, aber als Haushaltseinkommen sind zwischen 2.900 und 5.500 sicherlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Und ich würde da auch nochmal dringend der Community sagen, guckt doch mal nach, ob es nicht einfach sein kann, dass ihr Anrecht habt auf Sozialleistungen, von denen ihr gar nicht wisst. Dass ihr beispielsweise Kinderzuschläge, Wohngeld etc. in Anspruch nehmen könntet, von denen ihr gar keine Ahnung habt. Denn diese Zahlen, die wir jetzt hier gerade sagen, mit dieser Haushaltskasse, das ist natürlich die Haushaltskasse für eine Familie, die um ihre Rechte Bescheid weiß und diese dann auch in Anspruch nimmt. Viele Leute wissen darum ja gar nicht und haben dann am Ende natürlich weniger Geld. Ja und dieses Beispiel dient uns auch dazu etwas klar zu machen, das Bürgergeld hält niemanden vom Arbeiten ab. Denn wenn man nichts verdient oder dann einen Job annimmt, bei dem man 2.900 brutto verdient, das ist ja schon doch ein ordentlicher Sprung. Ja man verdient eben mehr als 1.100 Euro mehr, also 16 mal größer ist dieser Sprung, 16 mal so hoch wie der Sprung, den man macht, ob man jetzt 2.900 Euro oder 5.500 Euro verdient. Also bei 0 Euro beträgt die Haushaltskasse knapp 3.500 Euro, bei 2.900 Euro brutto Einkommen beträgt sie 1.100 Euro mehr. Wenn man nun noch einmal 2.600 Euro brutto mehr verdient, also 5.500 Euro, hat man nur 68 Euro zusätzlich in der Tasche. Es lohnt sich also auf gut Deutsch viel mehr als Bürgergeldempfänger doch arbeiten zu gehen, als es sich für einen Arbeiter auf den unteren Einkommensrängen lohnt, sich besser zu qualifizieren, um mehr Einkommen zu erhalten. Also um nochmal noch eine Zahl in den Raum zu werfen. Dieser Bürgergeldempfänger, der von 0 Euro eigenem Einkommen auf 100 Euro eigenes Einkommen kommt, der erhöht damit durch diese Anrechnungsmethoden seine Haushaltskasse um 96 Euro. Das heißt also, er, also nur durch diese 100 Euro bekommt er 96 Euro mehr. Da sehen wir ja, das Arbeiten lohnt sich für ihn total da. Die nächsten 100 Euro, da bekommt man schon deutlich weniger, da sind es ja nur noch 24 Euro, aber trotzdem, man hat dann 200 Euro mehr brutto verdient und darf davon 120 behalten. Und jetzt im Vergleich dazu nur noch einmal, also 68 Euro für 2600 Euro Differenz. Es lohnt sich viel mehr für Leute, die bislang kein Erwerbseinkommen haben, zumindest ein bisschen Erwerbseinkommen zu verdienen. Die haben viel mehr davon als Leute, die so auf den mittleren Lohnetagen sich befinden. Das kann man wirklich nicht oft genug wiederholen, weil man ja diese Demagogie immer wieder um die Ohren geschlagen bekommt. Und also wirklich diese Tabelle sich einmal anzusehen und sich da mal eine Viertelstunde Zeit nehmen, um diese sehr kleinteilig aufgedröselte Tabelle sich anzusehen, lohnt sich absolut. Und was ich noch darüber hinaus interessant finde, ist ja, wir haben das jetzt erklärt, zwischen 2009 und 2005 Bruttoeinkommen steigt die Haushaltskasse fast gar nicht an. Fast gar nicht. Ja, also es ist wirklich so, als hätte der Staat so neben dem Existenzminimum für Erwerbslose ein zweites Existenzminimum festgelegt für Leute mit einem eher mäßigen Einkommen. Das dann aber bis hin zu Besserverdienern recht konstant den Betrag der Haushaltskasse. Gehört 80 Prozent der Bevölkerung haben entweder das Bürgergeld-Grundeinkommen oder das etwas höhere Existenzminimum, was Ole hier gerade beschreibt. Also das sind die Zahlen, die der Staat hier festlegt. ...kasse bildet. Und das finde ich auch aus so einer marxistischen Perspektive interessant, weil Marx ja immer sagt, es gibt diese Reproduktionskosten der wahre Arbeitskraft. Es gibt diesen Preis der wahre Arbeitskraft, der Pi mal Daumen getroffen werden muss, damit die Arbeitskraft sich ordentlich reproduzieren und am nächsten Tag wieder bei der Arbeit erscheinen kann. Und oftmals wird dann ja gesagt, ja, wie lächerlich, wie soll denn so etwas stattfinden, dass so ein objektiver Preis entsteht. Nun, de facto ist es so, der Staat macht das. Also der Staat kennt einerseits diesen Preis des Paupers, dessen, der überhaupt kein eigenes Einkommen erwerben kann und der dann wirklich nur auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Aber er erkennt dann zusätzlich den Preis der wahre Arbeitskraft und legt den ganz präzise fest, sodass wirklich in einem sehr großen Lohnfenster man am Ende des Tages bei exakt demselben landet. Also das, was Marx da eigentlich so schön theoretisch mal geschrieben hat, wird hier praktisch umgesetzt und ein Freund von mir hat das dann auch auf Twitter geschrieben. Das Lustige ist nur, dass das Kapital trotzdem nicht... Ja, das stimmt, das stimmt. Also der Staat sorgt durch Sozialleistungen dafür, dass Leute, die Erwerbseinkommen haben, gesagt, 80 Prozent der Bevölkerung, dass die eigentlich so ziemlich das Gleiche bekommen fast. Also, falls ihr euch immer gesagt habt, der Staat nimmt mir so viel weg, dass mein Einkommen steigt nicht nur, weil die Steuern so hoch sind oder sonst irgendwas. Nein, der Staat sorgt dadurch, durch das schnelle Abschmelzen von bestimmten Sozialleistungen dafür, dass die Einkommen von 80 Prozent der Bevölkerung sich nicht relevant unterscheiden. Also es gibt zwei Existenzminima. Eins für Arbeitslose und eins für Arbeiter mit mäßigem Einkommen. Und alles, was da drüber ist, erst dann beginnen die Einkommen wieder richtig deutlich zu steigen, weil es dann keine abschmelzenden Sozialleistungen mehr gibt, weil dann auch ganz spät hören dann auch die Sozialversicherungsbeiträge aufzusteigen. Es ist jetzt ein bisschen komplizierter, da in die Details des deutschen Steuersystems reinzugehen. Auch das ist ja relativ ungerecht. Die Steuerbelastung ist ja bei den oberen 80, 90 Prozent der Bevölkerung. Also denen, wo gerade die Einkommen wieder zu steigen beginnen, die nicht mehr unter dieses zweite Existenzminimum hier fallen, da sind die Steuern dann am höchsten. Also da hauen die Steuern dann nochmal rein. Erst bei denen, die darüber kommen, erst dann beginnen die Steuer- bzw. Abgabensätze, vor allem durch die Sozialversicherung, wo es die Beitragsvermessungsgrenze gibt, wieder zu fallen. Nein. Also wir haben ein sehr trickreiches Steuersystem, das Superreiche sehr, sehr günstig stellt. Und wir sehen es hier gerade, dass den Großteil der Bevölkerung in konstanter Armut oder zumindest nahe der Armut hält. In der Lage ist oftmals, oder nicht willens, sondern Mischung aus beidem wahrscheinlich, diesen Preis der wahre Arbeitskraft selbst zu zahlen, die Reproduktion selbst sicherzustellen. Und da greift dann letztlich der Staat ein und bewerkstelligt das dann. Und jetzt kann man das aus dieser ganz großen Perspektive betrachten, also was heißt das so, was sagt das aus über die wahre Arbeitskraft und was weiß ich. Man kann das aber auch mal individualistisch betrachten. Also jetzt, wenn ich mich auf dem Arbeitsmarkt wiederfinde, was heißt das für mich als Individuum? Es bedeutet, dass sich berufliches Fortkommen für ganz, ganz viele Menschen kaum lohnt. Denn erst ab einem Einkommen von 5.600 Euro bedeutet dann eine Gehaltserhöhung um 100 Euro, das man wirklich nennenswert mehr in der Haushaltskasse hat. Aber dahin kommen viele Alleinverdiener und ja auch ehrlich gesagt auch viele Haushalte eh nicht. Es wird aber nie politisch skandalisiert. Permanent wird behauptet, das Bürgergeld würde die Leute dazu bringen zu faulenzen, obwohl sie in Wahrheit einen viel höheren Anreiz haben, mehr arbeiten zu gehen, als es bei Leuten mit mäßigem Einkommen der Fall ist. Wenn es also heißt, Arbeit müsse sich wieder lohnen, dann ist das eine in vielerlei Hinsicht fragwürdige Aussage. Erstens lohnt sich die Arbeit natürlich eh vor allem fürs Kapital und nicht für diejenigen, die sie verrichten. Zweitens lohnt sich zusätzliche Arbeit für Erwerbslose viel mehr als für einen Arbeiter mit, sagen wir, 3.000 Euro eigenem Einkommen. Aber das hört man weder in der Springerpresse noch in den unzähligen öffentlich-rechtlichen Talkshows, die allesamt die... Natürlich nicht, sonst würden die Leute ja auf die Idee kommen, vielleicht ein anderes Steuer- und Abgabensystem zu fordern. Vielleicht ein anderes Sozialsystem. ...die derzeitige Demagogie mitmachen. Das war nun viel technisches Bomborium, aber es ist absolut notwendig, um die Hetze, die derzeit betrieben wird, zu durchschauen. Um noch einmal zum Bürgergeldrechner zurückzukommen. Dieses Online-Tool wurde auf die absurdeste Art und Weise zur Agitation missbraucht. Ja, ja, was Ole uns gleich noch erklären wird, also der Hauptgrund dafür, dass man auch relativ hohe Summen an Bürgergeld, vor allem in großen Städten kommt, auf dem Land sieht das schon gar nicht mehr so aus, weil da flichtweg die Mieten niedriger sind, ist, dass die Mieten so hoch sind. Also diese Explosion der Mietpreise in vielen großen Städten sorgt logischerweise dafür, dass die Leute mehr Bürgergeld bekommen. Denn was vom Bürgergeld bezahlt wird, ist eben die Miete. Auch die Explosion der Energiepreise sorgt dafür, dass die Bürgergeldsätze steigen, was auch vollkommen logisch ist. Also auch das braucht man, glaube ich, nicht groß kommentieren. Aber in der Springerpresse wird jetzt so getan, als wäre das Bürgergeld stark erhöht worden. Nein, die Preise sind stark gestiegen und große Immobilienkonzerne, große Energiekonzerne, die stecken sich besonders viel Geld in die eigenen Taschen gerade. Und das bezahlt der Staat über den Umweg des Bürgergeldes. Dafür können die ganzen Bürgergeldempfänger natürlich überhaupt nichts. Aber das ist noch ein anderes Thema. Wie gesagt, schaut euch gerne die ganze Folge von Wohlstand für alle an. Das Wichtigste, nämlich diese sehr kriegreiche Konstruktion der deutschen Sozialleistungen, dass es sich für Leute aus der Mittelschicht überhaupt nicht lohnt, mehr Geld zu verdienen oder eine Ausbildung zu machen, eine Weiterbildung zu machen, weil eben unser Abgabe- und Sozialsystem so gestaltet ist, dass es sich für die unteren 80 Prozent der Bevölkerung eigentlich ein Vorankommen systemisch ausgeschlossen ist. Das ist schon etwas, was vielen Menschen nicht klar ist und was man auch sehr leicht ändern könnte. Wie gesagt, anderes Steuersystem, die Steuern für die Ärmeren stark senken, Wohngeld erhöhen, Wohngeld für mehr Menschen ausschütten, Mietpreise senken würde auch sehr viel helfen. Aber ja. Oder Mindestlohn erhöhen, also höhere Löhne würden sicherlich auch dazu führen, dass mehr Menschen aus diesem niedrigen Bereich rauskommen. Also alles Dinge, die man machen könnte, alles Dinge, die man fordern könnte. Aber ja, solche Dinge kommen dann natürlich nicht in der Springerpresse vor. Wie gesagt, gut, dass es Wohlstand für alle gibt, gut, dass sie das hier aufgearbeitet haben. Ich weiß auch schon, dass wieder zig Leute in meinen eigenen Kommentaren schreiben werden, oh, diese faulen Bürgergeldempfänger, nein. Und die sich dabei überhaupt nicht empfänglich sind für die einfachsten Zahlen. Also dass bei 800.000 offenen Stellen und 2,6 Millionen Arbeitslosen nicht alle Menschen in Arbeit kommen können, das sollte eigentlich jedem klar sein. Aber diese fundamentale Logik wird von vielen Menschen einfach in Frage gestellt, weil sie sich aufhetzen lassen, weil sie sich indoktrinieren lassen. Und das sollte man wohl ganz deutlich mal aufzeigen. Und Wohlstand für alle hat das in diesem Video relativ gut gemacht. Wie gesagt, makroökonomische Perspektive. Es gibt halt mehr Arbeitslose als offene Stellen. Da muss es logischerweise Menschen geben, die von Sozialleistungen leben. Anders geht es nicht. Die habe ich hier versucht aufzuzeigen. Wohlstand für alle. Wie gesagt, schaut bei dem Kanal gerne mal vorbei. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr als offeneinander. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr als offeneinander. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr als offeneinander. Vielen Dank.